Alle Spiele der Regionalliga-Fest. Live von Dondi Maden auf Sport total. Von daher war das jetzt kein unmenschliches Ergebnis. Und die Partie geht nun los. Rot-Weiß-Oberhausen, die Hausherren komplett in Rot von links nach rechts gegen die Wattenscheider, die in Schwarz-Weiß auflaufen. Wir versuchen, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Und jetzt gibt es schon das 1 zu 0 für Rot-Weiß-Oberhausen. Wieder Standard-Gegentor, das, worüber wir gesprochen haben. Das kannst du nicht auffangen. Das funktioniert nicht. Nico Klaas mit dem 1 zu 0. Und wir reden über einen Ball. Der ist gefühlt 5 Minuten in der Luft. Also der ist jetzt nicht mit relativ viel Schnitt, Schärfe. Das ist fast ein Chip-Ball. Wo du dich noch während der Ball in der Luft ist fragen kannst, wer deckt jetzt den Spieler. Und das schaffst du da also keine Chance. Das schaffst du nicht. Aber es war allen Respekt. Das ist eine gut getretene Ecke. Das kann auf jeden Fall nicht schaden. Ja, auf jeden Fall drei Spieler, die hier... Jetzt kommt es für den Kreier. Genau, Kreier. Neufeld hält. Aber vielleicht nochmal eine Möglichkeit. Fasnacht. Zusammenspiel mit Anton Heinz. Njombo. Keine so schlechte Möglichkeit. Da ist er jetzt. Lerche. Ja, schöner Ball auf Casalino. Pfosten. Aber das war mal eine sehr gute Aktion. Perfekt durchgesteckt von Lerche. Und dann Casalino. Damit ein bisschen mehr Fortun geht er dann auch rein. Kreier. Nils Winter. Boah. Ja, war so ein Mittelding zwischen Flanke und Torschuss. Brutal schneller Spieler. Ja, definitiv. Hat auch schon einige Vereine gesehen hier in der Regionalliga Westen. Also er kennt die wie seine Westentasche. Ja, ja. Und das ist das 1 zu 1. Felix Casalino, der eben noch diese Großchance hatte. Und jetzt macht er das Ding hier rein. 1 zu 1. Und auch in Düren steht es 2 zu 0. Also jetzt könnte hier das Momentum ein bisschen umschlagen für die SG Wachenscheid. Ja, und Felix Casalino. Heute schon auch über ihn gesprochen. Er hat seinen Vertrag verlängert. Er ist übrigens, ich weiß nicht, ob du das weißt, schon Influencer. Also sehr, sehr bekannt. Bei den Freekickers. Und auch selber. Ja, sehr, sehr viele Follower. Das bringt ihm natürlich jetzt in 90 Minuten nicht viel. Aber er ist natürlich auch ein Aushängeschild von der SG Wattenscheid. Kommt er auch gefährlich, ja. Profeta. Aber Neufeld hält ihn. Und ja, dann gibt es da jetzt eine Verletzung. Und Neufeld haut den Ball auch direkt raus. Sehen wir es. Ja, Profeta. Ja, und hat einen mitbekommen. Im Gesicht. Aber klar, wenn du jetzt natürlich noch offensiver werden willst, was aber auch muss, wenn ich mit der Ball auch kann. Okay, ja. Gut gehalten von Gilean Neufeld. Genau, das wäre auf jeden Fall nochmal was. Und Lerche! Wow. Den sieht er. Und dann macht er es einfach. Und Davari lenkt ihn noch irgendwie an die Latte. Unfassbar, da haben wir fast ein richtiges Traumtor gesehen. Boah, aber wie cool auch, dass er das von da sieht und es einfach mal versucht und er wäre reingegangen. Davari ist noch dran. Davari bockstark noch reagiert. War natürlich ein bisschen weit draußen. Und fast von der Mittellinie. Ja gut, wenn du nicht mehr der Schnellste bist, dann kannst du halt auch mal von der Mittellinie schießen, weil er weiß... Boah, auch dieser Einsatz gerade, also er ist hier gerade on fire auf jeden Fall. Dennis Lerche. Oh, gut gespielt. Ja, sehr gut gespielt. Kasalino auf Lerche. Nachschuss, Sindermann. Das ist ein Jeltschen. Rexer. Kreier, der sich mal fallen lässt. Ja, schöner Ball auf Nils Winter. Rexer. Ball ist noch heiß. Anton Heinz. 2 zu 1 für Rot-Weiß Oberhausen. Und da bleiben auch schon zwei Wattenschneider liegen. Einer auf den Knien. Also das kann hier der emotionale und auch vielleicht finale Knockout gewesen sein für die SGW. Ja, im Getümmel und dann so ein lässt sich natürlich Anton Heinz nicht nehmen. Da tut mir schon fast ein bisschen leid, muss ich ehrlicherweise sagen. Das war dann die Partie. Rot-Weiß Oberhausen gewinnt mit 2 zu 1. Ja, also ich würde mir, glaube ich, noch eine Playlist davon anschauen. Ja, ich schaue mir jetzt noch ein Video an. Ja, und du? Was machst du? Abonnieren. Boaher. Boa. Boa. Vielen Dank.